Fans des Motivations-Trainers Bion Katilatu, 39, staunten am Freitagabend nicht schlecht, als plötzlich Oliver Pocher, 45, verkleidet als Dalai Kama neben ihnen stand. Jetzt hat der Comedian ein Video von seiner unangenehmen Aktion veröffentlicht. Bis vor kurzem hatte Oliver Pocher stets nur aus sicherer Distanz gegen Bion, dem ein intimes Verhältnis mit Ollis noch Ehefrau Amira, 31, nachgesagt wird, gestichelt. Am gestrigen Abend kam der Bildschirmkontrolleur dem Glückskeksguru, wie Pocher ihn nennt, jedoch auf einmal ganz nah. So ist in einem Instagram reell zu sehen, wie sich der Komiker in Dalai Kama-Kostümierung draußen vor einer Event-Location in Euskirchen, in der kurz darauf Bion seinen Auftritt hatte, unter die am Einlass wartenden Fans mischte. Für seine eigene anstehende Tour sei es ganz wichtig, dass ich Leute finde, die schlechten Geschmack haben, 40 Euro für jede Scheiße ausgeben und natürlich auch über jeden Kack lachen können, holte Pocher zum ersten Tiefschlag gegen Bion und dessen Unterstützer aus, um sich dann in der Warteschlange mit positiver Energie nach vorne zu schummeln. Pocher fragte die junge Frau, ob er sie mal anfassen dürfe. Berühren, einfach nur berühren. Untenrum, das weißt du doch, das ist so wichtig. Sichtlich überrumpelt und nur zögerlich ließ sich die Blondine auf den Annäherungsversuch ein. Bei der Umarmung blieben Pochers Hände jedoch, zum Glück, auf dem oberen Rücken der Unbekannten liegen. Einen anderen Besucher in der Schlange fragte der Comedian ebenfalls ganz offensiv. Du hast doch selber auch keinen Bock hier zu sein, oder? Ich weiß es doch. Dann machte ihm die Tasche eines weiblichen Fans stutzig. Die ist genauso fähig wie Bion, holte der spitzzüngige TV-Moderator zum nächsten Seitenhieb aus. Das ist keine echte Christian Dior. Das sehe ich aus der Türkei. Das gefällt mir, mit einer Fake-Dior-Tasche. Da kommt man hier doch besonders gut an. Erst, als sich die Schlange in Bewegung setzte, griff ein schwarz gekleideter Security-Mitarbeiter ein und versuchte mit Hinweisen an die Wartenden, ihr müsstet da gar nicht drauf eingehen. Einfach ignorieren. Pochers peinlich Aktion ein Ende zu setzen. Oliver Pocher und Bion Katilatu treffen sich Backstage. Willst du mit reinkommen? fragte der Mitarbeiter, der parallel dazu mit Bion übers Handy telefonierte, an Pocher gewandt. Er kann auch gerne rauskommen, hielt dieser zunächst dagegen. Nach kurzem Wortwechsel mit den Security-Männern, wobei auch kurz Amiras Name fiel, ließ sich der Störenfried aber schließlich doch in den Backstage-Bereich führen. Seine Kamera musste draußen bleiben. 15 Minuten später, heißt es in der nächsten Sequenz, bevor Pocher berichtet. So, das war ja ein ganz lustiges Zusammentreffen mit meinem neuen Freund Bion. Details zu dem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verrät er nicht. Stattdessen endet das Video an dieser Stelle.